Das sind Lena und Paul. Die beiden freuen sich auf ihre Sommerferien. Doch was tun, wenn die Freunde im Urlaub sind, es draußen regnet oder einmal Langeweile ausbricht? Dafür gibt es zum Glück den Sommerferienlese-Club. Heißt auch lesen. Was macht man dort genau? Freunde treffen, Spaß haben, über Bücher sprechen, ein buntes Ferienkram und Event erwarten Lena und Paul. Vor allen Dingen können die Mitglieder im Sommerferienlese-Club werden, denn nur Clubmitglieder können die besonders tollen Preis-auf-lesen-Bücher ausleihen. Um Clubmitglieder zu werden, gehen Lena und Paul in ihre Bibliothek. Dort bekommen sie ihre kostenlose Clubausweise. Lena und Paul lesen während des ganzen Sommers. Langeweile kein Thema. Selbst ein regnerischer Urlaubstag wird so zu einem spannenden Leseabenteuer. Bei der Rückgabe erzählen sie dem Bibliothekspersonal, worum es in den Büchern gibt und beantworten Fragen dazu. Wenn sie mindestens drei Bücher gelesen haben, erhalten Lena und Paul eine Heiß-auf-lesen-Urkunde. Am Ende des Sommers gehen wir gemeinsam zur großen Heiß-auf-lesen-Abschlup-Party der Bibliothek. Außerdem gibt es tolle Preise zu gewinnen. Lena und Paul freuen sich, dass dieses Sommer kein bisschen langweilig werden wird. Bis bald in der Bibliothek.